Wir sind jetzt nordwestlich von Selina und das ist der eine Schaden, den der Donado verursacht hat, den wir gefilmt und beobachtet haben. Und da dürfte es wirklich die Mähdrescher geworfen haben und das ist ein ganzer Truck ist das, da hat es den ganzen Truck umgeworfen, fährt die Mähdrescher umgeworfen. Da haben wir komplett entrindet und zernäpft an irgendein Baum, das dürfte schon wieder Richtung E4 gehen. Schau mal das Metallding-Sound, das da drinnen steckt, da oben in der Verkleidung drin ist. Ganz unten da, wo ich jetzt hinzoom, da unten im Zaun hängen die Teile von der Lagerhalle herum. So, okay, ist das private round, oder kann man ein bisschen playen? Nein, ich denke, dass ihr euch besser auf der Straße bleiben für heute. Ich weiß nicht, dass ihr da unten seid und es ist nicht so gut. Was ist das? 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 Das ist nicht mein Land, also ich kann euch ja oder nein sagen. Okay. Hey. Jetzt haben wir da die typischen E4 Schäden teilweise, teilweise ja, das kann aber so mal Richtung E5 gehen. Ausgeriesene Erde, von der Lagerhalle weggerissen. Das geht schon wieder gegen F4. Ja, F3, es ist noch nicht in drinnen, die F3. Ja. Nothin'. Nothin'. Nothin' real bad. So, so is that what you guys are doing up here? You're chasing tornadoes? We're only for storm chasing here, yes. Oh yeah? Three weeks. Uh huh. Oh I see. Have you seen quite a few of them? Yes, we're in Oklahoma, we're at the Shoni tornado. You guys hold him back out please. Okay. We'd appreciate it. Ja. So, so. So, so. Jetzt, sieht man auch die zenebften Bäume. So, da dürfe er entweder niedergegangen sein, oder eine Weile verblieben sind. Und da sieht man auch teilweise die ausgerissene Erden, die ausgerissenen Wiesen da hinten. Und der war wirklich sehr stationär. und ist dann da durchgezogen. Da unten dürfte auch die Kernzone sein, es ist da unten teilweise die Wiesen abgeraubt, teilweise Entrindung, entweder hoch EF4 oder EF5. Also, das war ein ziemlich breites Ding. Schaut euch einmal das Gestänge da an. Auf der einen Seite ist es weiß, auf der anderen ist es dunkel. Das ist nicht schmutzig, das ist sauber geschniffen. Da ist die Fahrt runtergerissen vom Wind. Das ist auch passiert mit dem Mast. Der Mast ist bis zu 1 cm abgeschniffen vom Sand. Nur von den feinsten Drümmern. Wir versuchen den Livestark zu machen. Es sind wirklich 4,5 km auf der Straße. Es gibt auch 4,5 km auf der Straße. Die Wettbewerbs sind auf der Straße. Die Wettbewerbs sind auf der Straße. Und das ist alles. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, danke. Thank you, padre. Und also du kannst die Power Pulse sehen. Das vorne. Hier. Du musst du auf die vorne schauen. Oh, das ist in einer Schafniveau. Es ist in einer Schafniveau. Ja, das ist in einer Schafniveau, und von der Dabrii er redet. Der Schauspiel möchte, Gott company mit dir kommen. Der Schauspiel ist für dich. Die die Leute fragen sich, ich spreche mit dem Mann und die Leute wissen, ne? um sie wissen, wer du bist, ok? Ich sage ihnen das? Dann können Sie sie mich nicht eilen.